Für den Vize-Weltmeister zählt einzig und allein der Sieg. Argentinien will nach 23 titellosen Jahren endlich wieder ein Finale gewinnen. Im Endspiel der Copa America muss das Team um Lionel Messi in der Neuauflage des Vorjahresfinals Titelverteidiger Chile bezwingen. Der Titelhunger der Gauchos ist riesig, der Druck aber auch. Es ist das dritte Finale in Folge für uns. Jetzt zu verlieren wäre eine riesige Enttäuschung. Es ist sicherlich kein Fehler, das Finale wieder erreicht zu haben. Aber nach den sieglosen Finals bei der WM und der Copa America im Vorjahr wäre es schon eine große Enttäuschung, nicht Copa-Sieger zu werden. Aber es wartet der bekannt harte Gegner. Im vergangenen Jahr siegte Chile im Elfmeterschießen gegen Argentinien. Auch bei dieser Copa hat das Team um Arturo Vidal eindrucksvoll bewiesen, dass es weiterhin eines der stärksten in Südamerika ist. Bester Beleg, das 7 zu 0 im Viertelfinale gegen Mexiko. In den vergangenen zwei Jahren hat Chile gezeigt, dass es die Mannschaften schlagen kann, die traditionell um diese Titel spielen. Wir haben uns eine Menge Respekt erspielt und das weiß das Team und das wissen die Menschen. Es ist das würdige Finale der Jubiläums-Copa. Die einen können ihren Titel verteidigen, die anderen nach sechs verlorenen Endspielen endlich wieder triumphieren. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020